Doch wir wissen heute, die Zeit lässt vieles in einem anderen Licht erscheinen. Und wir halten trotzdem das Andenken an Ludwig Wittgenstein hoch. Denn heute ist die Ludwig-Wittgenstein-Gesellschaft mit den Symposien nicht mehr wegzudenken. Und so wünsche ich mir und der österreichischen Ludwig-Wittgenstein-Gesellschaft noch viele Symposien und jahrzehntelanges Wirken bei uns in der Wittgenstein-Landschaft Kirchberg, Ottertal und Tratenbach.